Eigentlich hätte am 11. Mai 1985 im englischen Bradford ein Fussballfest stattfinden sollen. Der Drittligist stand nämlich vor dem letzten Heimspiel bereits als Aufsteigerfest, doch dann ereignete sich das Unfassbare. Auf der alten Holztribüne begann es zu brennen, vermutlich wegen einer Zigarette. Die Fans versuchten zu flüchten, doch wer das via Tribüne versuchte, kam nicht mehr durch die Drehkreuze raus. Innerhalb drei Minuten breitete sich der Brand explosionsartig über die gesamte Tribüne aus. Die Notausgänge waren vor dem Spiel geschlossen worden, damit sich niemand während der Partie ins Stadion schleichen konnte. So nahm die Tragödie ihren Lauf. 56 Menschen starben in den Flammen, 256 wurden zum Teil schwer verletzt. Die betroffene Holztribüne wäre nach diesem Spiel übrigens abgerissen und durch eine neue aus Stahl und Beton ersetzt worden. Der Empfehlung der örtlichen Feuerwehr, alte Papierabfälle unter der Holztribüne wegen Brandgefahr zu entfernen, war mit dem Hinweis auf den geplanten Neubau nicht gefolgt worden. Das Unglück war also auch eine Verkettung von unglücklichen Umständen, aber das war für die Angehörigen selbstverständlich kein Trost. Sie konnten wie der Rest der Welt nicht fassen, was da passiert war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020